Sie hören Edmund Crispin, Professor Gervais Fenn ermittelt, Band 7, vorm Tor der Leichenwagen. Gelesen von Wolfgang Wagner. Erschienen bei Aufbau Audio. Aufbau Audio ist eine Marke der Aufbau Verlage. Wenn man um den Piccadilly Circus einen Kreis schlägt, mit einem Radius von 18 Meilen, findet man an seiner Peripherie verstreut die wichtigsten Filmateliers, Danham, Elstree und andere. Long Fulton liegt im Nordwesten. Wer von Oxford aus dorthin reisen will, tut gut daran, erst den Zug nach London zu nehmen und dann vom Londoner Marylebone Bahnhof aus weiterzufahren. Die direkte Route quer durch das Land ist ebenso lang wie langweilig. Sie ist mit viermaligem Umsteigen verbunden auf Bahnhöfen, die immer kleiner und älter werden, so dass der Reisende gewissermaßen eine Geschichte der Eisenbahn in Bildern in umgekehrter Richtung zu sehen bekommt. Am Ende erwartet ihn schließlich ein altersschwacher, zugiger Autobus. Es ist also ratsam, dieses Unternehmen gar nicht erst zu versuchen. Dass Gervais Fenn sich darauf versteifte, es dennoch zu tun, kann erstens seinen angeborenen perversen Neigungen zugeschrieben werden und zweitens der Tatsache, dass der Frühling ihn gewöhnlich faul und schlaff machte. Sich im Zwanzig-Meilen-Tempo durch die sprießende Märzlandschaft zu schlängeln, war deshalb eine Beschäftigung, die gut zu seiner Stimmung passte. Wenn er um sechs aufstand, konnte er bequem bis um zehn in Long Fulton sein, dem Zeitpunkt, an dem die Drehbuchkonferenz laut Ankündigung beginnen sollte. Und da sie in Wirklichkeit nie vor halb elf oder elf anfing, das ist nun einmal so beim Film, hatte er stets Gelegenheit, in der Kantine noch eine Tasse Kaffee zu trinken oder durch das Gewirr hinfällig wirkender Gebäude zu wandern, in denen die geistigen Kinder des Leiber-Konzerns von ungezügelter Kindheit bis hin zum Schnitt, zur Betitelung und zum Kopieren hochgepäppelt wurden, bevor sie ihre Premiere auf dieser oder jener Leinwand des Londoner West Ends erlebten. Fenn konnte diesen Produkten nie viel Geschmack abgewinnen. Er brachte es einfach nicht fertig, britische Filme als unentbehrlich für ein menschenwürdiges Dasein zu betrachten und maß daher seiner eigenen vorübergehenden Tätigkeit in den Ateliers nicht allzu viel Bedeutung bei. Er fungierte als fachmännischer Berater in Fragen, die das Leben und das Werk des Dichters Alexander Pope berührten. Bei seinem dritten Besuch in den Ateliers, an einem Tag gegen Ende März, mit den schnell fliegenden Wolken und dem klaren Sonnenlicht der Tag- und Nachtgleiche, erfuhr er zum ersten Mal von der Existenz eines Mädchens, das sich Gloria Scott nannte. Die Ateliers hatten das Dorf Longfulton so gut wie vernichtet. Man hätte darüber eine Menge empörter Zuschriften in der Times lesen können, wäre diese Vernichtung ein Verlust gewesen, aber das mochte selbst mit bestem Willen niemand behaupten. Es stellte sich nämlich bald heraus, dass nur wenig zugunsten des Dorfes vorgebracht werden konnte. In architektonischer Hinsicht war es schlechthin unbedeutend, und das völlige Fehlen historischer oder literarischer Erinnerungen ließ selbst den unternehmungslustigsten und erschöpfendsten Reiseführer verstummen. Darüber hinaus steht fest, dass die Dorfbewohner selbst sich jedem Versuch widersetzt hätten, sie vor der Invasion des Leiper-Konzerns zu schützen, denn die Errichtung der Ateliers erlaubte ihnen nicht nur berauschende Blicke auf jene Götter, zu deren Anbetung sie sich zweimal wöchentlich im Regent-Kino in Gisford versammelten, unpersönliche und auswechselbare Götter übrigens, aber von immerwährendem Reiz. Sie ermöglichte es ihnen auch, durch allerlei schliche räuberischen Profit aus der Invasion zu schlagen. So wurde Longfurten durch die unwiderstehliche Mischung von Gold und Göttlichkeit verführt wie Danae, wenngleich es weniger schön war. Der Zustand der Sklaverei, der unausweichlich daraus folgte, war der Natur und den Instinkten der Dorfbewohner wunderbar angemessen. Solange sie sich selbst und ihren eigenen dürftigen Einfällen überlassen gewesen waren, hatten sie Longfurten so sehr in Grund und Boden gewirtschaftet, dass es tatsächlich unterzugehen drohte. Daher waren sie nur zu froh, ihre Unabhängigkeit in Ateliers überantworten zu können, und wie ein einziger Mann hätten sie sich gegen jeden Plan erhoben, ihnen ihr Dorf zurückzuerstatten. Man lebte in Longfurten praktisch mitten in den Ateliers. Sie ragten drohend hinter der Kirche auf. Ein weitläufiges Gewirr verschiedenartigster Gebäude, die an die Spielzeughäuser eines unordentlichen Riesenkindes erinnerten, das sie achtlos in die Ecke des Zimmers gefeuert hat.